Hey Freunde, mir ist aufgefallen, dass mehr als über die Hälfte von euch meine Videos zwar schauen, aber den Kanal noch nicht abonniert haben. Deswegen Freunde, abonniert unbedingt den Kanal, damit würdet ihr mich sehr unterstützen. Und ich möchte ja auch Lamy einholen und die 100k knacken. Deswegen, wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann schreibt doch Hashtag abonniert in die Kommentare. Und ich gebe euch ein Herz auf das Kommentar. Wenn ihr außerdem die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr und auch keine Livestreams. Denn Lamy und ich machen momentan wirklich oft Livestreams. Und jetzt Freunde, möchte ich euch nicht weiter vom Video abhalten, lasst unbedingt noch einen Daumen nach oben da. Und jetzt geht's los mit dem Video. Und Emily, freust du dich schon auf morgen? Denn morgen ist dein Geburtstag. Oh ja, natürlich freue ich mich. Vor allem bin ich gespannt, was meine Familie so für mich geplant hat. Oh ja, aber hoffentlich vergessen die den Morgen nicht. Ach, so ein Quatsch. Das werden die niemals machen. Oh, Mama, diese Serie ist zu lustig. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ähm, ich wollte eure Sendung nicht unterbrechen. Aber wisst ihr, was morgen für ein krasser Tag ist? Ähm, was ist denn morgen? Kommt etwa eine neue Folge der besten Serie der Welt raus? Ähm, nein. Habt ihr das etwa schon vergessen? Oh Mann, wie traurig. Dann guckt ruhig weiter Fernsehen. Aha, Emily ist eine Heususe. Oh Mann, haben die beiden etwa wirklich meinen Geburtstag vergessen? Oh, ich, ich gehe mal lieber ins Bett. Oh yeah, heute ist mein Geburtstag endlich. Und rieche ich da etwa Farnkuchen für mich? Also haben die meinen Geburtstag doch nicht vergessen. Mh, was riechen meine Nase da? Leckere Farnkuchen? Sind die etwa alle für mich? Tut mir leid, Emily. Aber heute gibt es leider keine Farnkuchen für dich. Die sind mal für deine Schwester und ihre Freundin, die nachher vorbeikommt. Aber ich könnte dir ja ein Brot schmieren, wenn du willst. Äh, aber, aber... Oh Mann, ihr habt es wirklich vergessen. Das Wichtigste an diesem besonderen Tag. Was soll denn heute so wichtig sein? Emily, ich habe wirklich keine Zeit für sowas. Ich habe heute wirklich viel zu tun. Ich muss jetzt auch weg. Viel Spaß euch beiden. Hallo Lena, da bist du ja schon. Und schau mal, Farnkuchen nur für uns. Oh, lecker, lecker. Und weißt du, meine Schwester dachte, die sind alle für sie. Oh Mann, guten Hunger euch zwei. Ich gehe dann mal zur Schule. Emily, stehen bleiben. Ich habe was vergessen. Oh, du hast was vergessen? Nun ja, ich dachte schon, ihr hättet mich komplett vergessen. Emily, du benimmst dich heute wirklich komisch. Na ja, hier dein Deutschbuch, das hättest du fast vergessen. Wo hast du deinen Kopf denn heute? Ach ja, mein Deutschbuch total vergessen. Dankeschön, Schwester. Oh Mann, dann wollen wir mal zur Schule gehen. Alles Gute zum Geburtstag, liebe Emily. Ich hoffe, du hattest heute einen wunderschönen Tag. Was? Du hast meinen Geburtstag nicht vergessen? Oh Mann, vielen Dank. Damit hätte ich wirklich gar nicht gerechnet. Oh nein, Emily. Warum sollte ich denn dein Geburtstag vergessen? Also einmal im Jahr, das kann ich mir ja merken. Aber sag mal, warum siehst denn du so traurig aus? Heute ist doch dein Tag. Du solltest doch mega glücklich sein. Oh Mann, du hast recht. Das wäre ich bestimmt auch, wenn nicht meine ganze Familie und sogar meine Freundin meinen Geburtstag heute vergessen haben. Ich habe nichts bekommen, nicht mal ein Stück von den Fahnenkuchen. Und meine Freundin hat mich auch noch nicht angerufen. Ich glaube, die haben mich wirklich alle vergessen. Oh Mann. Emily, mach dir nicht so viele Gedanken. Es hat bestimmt einen wirklich wichtigen Grund, warum sie das vergessen haben. Aber das wird sich bestimmt alles noch aufklären. Ich hoffe, du erlebst trotzdem noch einen schönen Tag. Das tut mir wirklich leid für dich. Hm, na ja, kann man jetzt nichts machen. Ich habe mich damit abgefunden. Aber weil du mein Geburtstag nicht vergessen hast, nimm diesen Donut. Ich habe eh keinen Hunger mehr. Und du bist wirklich ein guter Mensch. Zum Glück ist die Schule jetzt vorbei. Und jetzt will ich ganz schnell nach Hause. Denn ich habe so im Gefühl, dass da eine Überraschungsparty auf mich wartet. Oh, ich glaube nicht, dass die das den ganzen Tag aushalten, mich zu ignorieren. Ich spüre das. Da wartet was zu Hause auf mich. Hallo? Mama? Schwester? Da ist jemand zu Hause. Vielleicht oben. Hallo? Ist jemand da? Niemand? Oh Mann, es kann doch nicht sein. Die haben mich wirklich komplett vergessen. Und keiner ist zu Hause. Auch keine Überraschungsparty für mich. Was soll ich denn jetzt machen? Ich glaube, ich gehe einfach ins Arcade-Center und lenke mich ein bisschen ab. Oh Mann, das macht ja wirklich gar keinen Spaß ohne meine Schwester oder meine Freundin. Hä? Äh, Emily? Was machst du denn hier? Die Party geht doch noch gar nicht los. Warte mal, solltest du nicht erst zu Hause sein? Äh, warte mal. Welche Party denn? Ich weiß von keiner Party. Oder habt ihr doch etwas für mich geplant? Oh Mist, ich habe die Überraschung zerstört. Oh Mann, das war wirklich nicht meine Absicht. Happy Birthday, Emily. Alles Gute zum Geburtstag. Oh ja. Oh, was? Ihr habt mich also doch nicht vergessen? Oh yeah. Ich dachte wirklich, heute haben mich alle vergessen. Oh nein, Emily. Wir wollten dich nur ein bisschen veräppeln. Und weil du zu früh bist, ist noch fast keiner da. All deine Freunde kommen noch. Also wird das eine richtige Party. Aber Freunde, falls euch dieses coole Brocaven-Video gefallen hat, dann lass doch unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und tschüss.